Du bist da sehr jung, 17 Jahre gerade mal alt und bist im Begriff zum zweiten Mal Mama zu werden. Genau. Okay, fangen wir an mit dem ersten Kind. Wie alt warst du, als du das bekommen hast? 15. War das ein geplantes Kind? Naja, wenn ich jetzt sage, ungeplant ist auch ein bisschen doof. Also es war mein erstes Mal war das und... Dein erster Sex? Genau, mein erster Sex und es war spontan und beim ersten Sex denkt man ja immer, passiert ja nichts. Und es hat direkt gesessen, ja? Oh Mann, das ist aber auch echt hart. Also schon der erste Versuch und schon hat man einen Braten in der Röhre, ne? Genau. Wie war denn das, als du erfahren hast, dass du schwanger bist? Ich habe mich eigentlich sehr gefreut, muss ich sagen. Ehrlich? Kam nicht so ein Moment, dass du das...